Nach den letzten Schritten jetzt eher vorbereitender Naturwein geht es im nächsten Schritt darum, endlich historische 3D-Rekonstruktion in Maxon Cinema 4D zu erstellen. Und vorab einige Empfehlungen. Ziel unserer Modellierung hier sind Modelle, die für die Darstellung im Web über den Browser und noch dazu auf Mobilgeräten geeignet sind. Und hier ist eine ganz wichtige Anforderung, möglichst wenige Polygone zu nutzen. Eine grobe Empfehlung ist, für solche 3D-Gebäudemodelle maximal etwa 100 bis 400 Polygone pro Gebäudemodell zu nutzen. In den meisten Fällen kommt man auch mit weniger Polygonen aus. Das ist also zu bevorzugen bzw. zu empfehlen. Eine zweite Empfehlung betrifft die Gestaltung dieser Modelle. Und hier haben wir uns dafür entschieden, mit Modellen zu arbeiten, die sehr gering modelliert sind oder einen sehr geringen Modellierungsgrad aufweisen. Das heißt also in den meisten Fällen nur eine Kubatur und eine Dachform darstellen, aber über eine Fototextur eben einen Raum- und Gliederungseindruck vom Gebäude vermitteln können. Und auch hier wiederum Hintergrund, möglichst Polygonen sparsam zu arbeiten, aber eben auch möglichst wenig Aufwand mit Blick auf eine Modellierung. Jetzt gehen wir in Medias Rees. Ich habe also wieder mein Programm für den M4D mit der soeben erstellten 3 geöffnet. Und eine Sache, die wir hier schon sehen, ist, dass es im Normalfall hier größere Abweichungen gibt. Wir schauen zum Beispiel mal bei der Kirche hier hinein. Also sozusagen selbst diese Zeichnung der Kirche entstammt also oder stimmt recht wenig mit diesem jetztzeitigen Polygonumriss überein. Und das ist eine Sache, die Ihnen also in der Arbeit mit historischen Materialien, mit historischen Karten immer wieder begegnen wird. An dieser Stelle geht es also darum, möglichst gut diese historischen Karten und die jetztzeitige Bausituation oder Raumsituation zu korrespondieren zu lassen. Das hat man also über den vorherigen Schritt der Georeferenzierung vorgenommen und zum anderen aber eben mit derartigen Unschärfen zu agieren. Beziehungsweise diese lassen sich einfach nicht vermeiden. Da müsste man also schauen, welches hier als Referenz beispielsweise genutzt wird. Ich zoome wieder etwas raus aus meiner Szene und würde jetzt also mal zum Archplatz, das ist hier dieser Platz in der Mitte gehen und das Gebäude, was ich mit Ihnen gemeinsam gern digitalisieren möchte, ist dieses hier in der Mitte. Im ersten Schritt geht es jetzt darum, hier Grundrissinformationen mit einem Vektorzug oder in einem Vektorzug zu hinterlegen oder einen Vektorzug dieser Grundrissinformationen anzulegen. Das tue ich über dieses Werkzeug hier oben, den sogenannten Spline-Stift, ein Spline, also eine Pfadlinie, die im 3D-Programm grundsätzlich nicht sichtbar ist, aber als Hilfslinie für eine spätere Modellierung dient. Ich klicke einmal hier drauf und nun geht es darum, möglichst gut passend hier Eckpunkte dieses Gebäudes im Plan auszuwählen. Jetzt nochmal hier ein weiteres. Und wenn ich jetzt auf den ursprünglichen Punkt zurückklicke, sehen Sie, dass sich der Mauskursor etwas verändert, dann ist dieser Pfad also hergestellt, ist geschlossen. Ich schaue mir mal die Linien hier an. So sieht das Ganze also jetzt aus. Nun habe ich hier noch keine Geometrie. Hier, das heißt, dieses Spline-Objekt benötige ich also in einem Generator, um hier eine Geometrie daraus zu erstellen. Dafür gehe ich über Erzeugen, Generator. Und das, was ich hier benötige, ist der sogenannte Extrudieren-Generator. Der Extrudieren-Generator extrudiert oder verschiebt also dieses Spline-Objekt entlang einer bestimmten Richtung und entlang dieser Verschiebung werden also Polygone erzeugt, Geometrien, die im 3D-Programm dann sichtbar sind. Im Objekte-Manager, ich klicke einmal auf das Spline-Objekt, ziehe das auf das Extrudieren-Objekt und mit geklickter Maustaste, sobald hier also dieser Pfeil nach unten zeigt, ich habe immer noch die Maustaste gedrückt, jetzt lasse ich das Ganze los, habe also eine Gruppierung angelegt. Das heißt, das Spline-Objekt ist zum Unterobjekt meines Extrudieren-Objektes geworden. Hier ist so ein kleines L, das ist immer der Indikator dafür, dass das also ein Unterobjekt ist. Was ich hier sehe, ist, dass ich erstmal nicht viel sehe. Hier haben sich ein paar Linien verändert und die sind sozusagen zur Seite bewegt. Wenn ich jetzt auf Tafeln gehe, Ansicht 1 und hier jetzt an meine Szene heranzzoome, das mache ich also Ansicht auf Geometrie zoomen. Bewege mich hier jetzt mal zu meinem neuen Gebäude. Sobald ich das Ganze etwas drehe, sehe ich, dass es in die falsche Richtung extrudiert wurde, das heißt also quasi auf der Fläche verschmiert, könnte man sagen, wurde. Das wollen wir natürlich nicht, das heißt über Extrudieren, über die Objekteigenschaften, stelle ich hier die Verschiebungseigenschaften ein. Wenn ich hier jetzt in der zweiten Spalte bei Verschiebung einen Wert eingebe, dann sehe ich, dass ich entlang der Höhenachse das Ganze verschiebe. Den Wert, der hier in dieser dritten Spalte, also entlang der Z-Achse, der Tiefenachse hinterlegt ist, den würde ich jetzt auf 0 setzen. Sie haben sicherlich schon eins festgestellt jetzt gerade und zwar, dass ich diesen Wert der Höhe natürlich benötige, also eine Angabe, wie hoch mein Gebäude sein muss. Und das ist etwas, was ich nicht aus diesem Plan entnehmen kann. Hier kommen wir in die Problematik hinein, dass im Idealfall mit Aufrissplänen gearbeitet wird, die also Höheninformationen zeigen. Im Falle der Stadtmodellierung sind solche Pläne gerade für historische Situationen jedoch nur bedingt möglich und verfügbar. Was ich habe, ist allerdings ein Bestand von historischen Bildern, Fotografien und hier kommen wir in die Problematik, dass wir eigentlich solche Höheninformationen eben anhand dieser Fotografien nur schätzen können. Ich mache mal hier ein Bild dieses Gebäudes auf. Sie sehen es also hier, das ist das historische Gebäude und in den meisten Fällen operiere ich an dieser Stelle mit Einheitsgrößen. Das heißt also, würde hier für eine Stockwerkhöhe beispielsweise für alle Stockwerke etwa drei Meter ansetzen und würde dieses also sozusagen auch für andere Gebäude einsetzen und anhand der Dachformen allerdings dann eben schauen, ob die Größen, ob Gebäude höher oder niedriger sind. Also wenn wir hier drei Meter jeweils für jedes Stockwerk ansetzen, hätten wir hier etwa drei Meter, sechs Meter, neun Meter. Ebenfalls Problem ist natürlich hier eine Dachhöhe zu schätzen. Die Dachhöhe hier würde ich ansetzen mit einer Höhe von etwa knapp zwei Stockwerken. Das heißt, wir würden neun Meter für diese Sachen plus fünf Meter vielleicht für eine Dachhöhe hier angeben. Und ich wechsle zurück in mein Programm Cinema 4D. Wenn ich jetzt also auf das Extrudieren gehe, wäre die Höhe an dieser Stelle neun Meter plus etwa fünf Meter. Das heißt, wir hätten also 14 Meter beziehungsweise 1400 Zentimeter. Eine Sache, die ich noch mit vornehmen würde, wäre eine Unterteilung. Und zwar ich brauche hier eine Unterteilung zwischen dem Dach und der Fassadenfläche. Das heißt, die Unterteilung würde hier nicht nur eins sein, sondern zwei. Es würden sich also zwei Flächen daraus ergeben. Im nächsten Schritt geht es darum, jetzt hier das Daraus zu arbeiten. Und dafür kann ich jetzt nicht weiter mit dem Extrudieren arbeiten, sondern hierfür müsste ich also dieses Objekt konvertieren in ein sogenanntes Polygon-Objekt, bei dem ich jetzt auf einzelne Punkte oder Polygone zurückgreifen kann. Das mache ich hier auf der linken Seite entweder über die Taste C oder über diese Schaltfläche Grundobjekt konvertieren. Ich habe draufgeklickt und Sie sehen schon, hier haben sich sozusagen, ich bin hier noch im Punktebearbeiten-Modus. Den würde ich auch mal aktiv lassen für diese nächsten Schritte. Es haben sich hier jetzt schon Änderungen ergeben. Was ich jetzt benötige, ist hier eigentlich erstmal diese Punkte zu verschieben. Die sind jetzt, wenn ich hier auf das Verschieben-Werkzeug gehe und das mal anschaue, aber die sind jetzt auf einer Höhe von 700 Zentimetern und ich möchte diese gerne aber bei 9 Metern haben. Ich wechsle dafür in die Ansicht von der Seite von rechts und zoome ein bisschen an mein Objekt heran. Über Selektieren. Die Loop-Selektion kann ich jetzt also diesen gesamten Pfad hier auswählen. Ich habe hier also draufgeklickt, da scheint so eine weiße Hinterlegung, dann bestätige ich das Ganze, indem ich loslasse. Das, was ich tue, ist hier unten im Koordinaten-Manager statt 700 900 einzugeben und das Ganze anzuwenden. Das hier unten, der untere Bereich, ist also unsere Fassade. Der obere Bereich wird unser Dach. Wenn ich jetzt zurück wechsle in die 3D-Ansicht, sehe ich allerdings, dass das Dach noch die gleiche Form hat wie die Fassade. Ich schaue mir das mal ein bisschen von oben an. Und das, was jetzt hier als nächstes passieren würde, wäre, dass ich hier dieses Dach als Dach ausmodelliere. Ich gehe auf das Verschieben-Werkzeug und klicke diesen Punkt und den gegenüberliegenden Punkt an. Hier unten im Koordinaten-Manager würde ich jetzt hier 0 und 0 angeben. Das heißt also, diese Punkte sind an der gleichen Stelle. Wofür ist das wichtig? Ich schaue noch mal das Bild mir an. Was wir hier haben, ist sozusagen so eine Dachform, die hier jeweils angeschrägt ist und wo also im Fürstbereich hier beide Dachflächen zusammenkommen. Ich gehe wieder zurück zu meinem Modell. Ähnlich würde ich das für diese Punkte und zwar, das ist einer der Punkte und das ist der zweite Punkt machen. Mit gedrückter Umschalttaste habe ich diese beiden Punkte ausgewählt. Mit Klick jeweils würde Abmessung 0 und 0 setzen. Und das gleiche auch nochmal hier. Abmessung 0 und 0. Und auch hier, ich klicke einen Punkt, Umschalttaste gedrückt halten, zweiten Punkt geklickt, auch hier die Abmessung 0 und 0. Ein Schritt, den wir jetzt nicht sehen, das ist der, dass wir hier zwischen diesen Punkten, die jetzt auf die gleichen Koordinaten gesetzt sind, natürlich Flächen hatten. Und die können uns im weiteren Prozess jetzt stören. Deswegen machen wir folgendes, unter selektieren, alles selektieren, Mesh, Entfernen, Optimieren. Klicken wir einmal drauf. Sehen wir, dass es hier also schon eine neue Fläche gibt. Die sollte natürlich nicht sein. Ich gehe auf den Polygon bearbeiten Modus und wähle diese Fläche mit Klick aus, lösche diese wieder raus. Im Normalfall sollten jetzt also diese kleinen Zwischenflächen, die hier da hinterlegt waren, verschwunden sein. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, um hier eine Fassadentextur aufzubringen. Und hierfür stelle ich sicher, dass ich im Polygon-Modus bin. Das ist passiert. Ich gehe auf das Verschieben-Werkzeug, klicke auf diese Fläche, halte jetzt die Umschalt-Taste gedrückt, klicke auf die untere Fläche. Was ich jetzt benötige, ist eine Textur für die Fassade. Über Erzeugen, Materialien, neues Standardmaterial, erzeuge ich erstmal ein neues Material. Und im Attribute-Manager, diesmal bleiben wir im Farbe-Kanal, lade ich diese Textur über Bild laden, den Klick hier bei Textur, an diesem kleinen Pfeil, Bild laden, lade ich dieses Bild ein. Ich nutze dafür dieses Bild, was wir jetzt schon gerade zur Voransicht, bei der Voransicht oder bei der Höhenabschätzung genutzt haben. Klicke also drauf, möchte es nicht importieren und habe das also in meine Szene jetzt übernommen. Was ich jetzt tue, ist dieses Bild oder dieses Material im Material-Manager anzuwählen, geklickt zu halten und auf diese selektierten Flächen zu ziehen. Wenn ich jetzt loslasse, sehe ich, dass das Material nicht auf das gesamte Gebäude aufgetragen wurde, sondern tatsächlich nur auf diese vordere Seite. So soll es also sein. Was ich aber auch sehe, ist, dass natürlich im Moment das Ganze noch deutlich verzerrt ist. Um das zu korrigieren, wechsle ich im Layout, das ist hier oben rechts, zu finden auf einen Modus, der nennt sich BP UV Edit. BP steht in dem Fall für Body Paint. Das ist also ein Werkzeug, was Cinema 4D spezifisch dafür entwickelt hat, um eben Texturoperationen gut durchführen zu können und eben Texturen auf 3D-Modelle aufzutragen. Also einmal draufgeklickt und jetzt verändert sich also das Layout meines Programms hier. und ich sehe hier auf der rechten Seite also ein Fenster, wo also die Textur und der Textur Auftrag überlagert sind. Wenn wir uns das jetzt mal, was jetzt als nächstes passiert ist, ich wechsle mal in den Explorer, Datei Explorer und würde dieses Bild, was ich hier ausgewählt habe, mit gedrückter Maustaste, linke Maustaste gedrückt halten, einfach mal hier hineinziehen. So, jetzt habe ich hier das Ganze als eine Voransicht und jetzt sehe ich auch, wo hier diese Texturinformationen hergenommen werden. Also das ist sozusagen der Bereich, der ist unglücklicherweise jetzt im Dachbereich sogar entnommen und hier diese Fassade, die ist also hier dieses obere Polygon, dieser obere Rahmen. Das, was wir jetzt machen würden, wäre, diese Informationen zu korrigieren und hier ein exaktes Mapping nennt man das Ganze, einen exakten Texturauftrag zu ermöglichen. Ich zoome dazu ein bisschen in meine Szene ran und würde versuchen, jetzt als nächstes einmal so ein bisschen diese Situation oder diese Baulichkeit nachzubilden. Das vereinfacht uns dann im Nachgang etwas, wenn wir diese Textur auftragen. Machen wir das mal so etwa. Und das, was als nächstes passiert, ist hier unten in dieser Fläche das UV-Mapping zu ändern und zwar an dieser Stelle auf ein Frontal-Mapping zu ändern. Ich klicke einmal hier auf Frontal und das, was Sie sehen, ist, dass es jetzt schon ein bisschen deutlich besser passt. Was Sie hier auch auf der rechten Seite sehen, ist, dass sich sozusagen diese Polygone hier verschoben haben. Jetzt sehen wir also hier diese Flächen in der Mitte sind also diese große Fläche hier. Das hier oben ist im Dachbereich. Das ist also diese Fläche hier. Ich klicke als nächstes mal auf den UV-Punkte bearbeiten, auf das UV-Punkte bearbeiten Werkzeug, weil jetzt geht es natürlich darum, diese Punkte hier auf das Bild anzupassen. Ich klicke also einmal hier auf einen diese Punkte drauf. Ich schaue ich mal. Nehme den hier unten als erstes und den ziehe ich jetzt also hier in etwa in diese Ecke. Machen wir mit dem gleich mal weiter. Klicken wir den hier an. Ich würde den mal hier unterhalb des Dachs ansetzen, also einfach deswegen, dass diese Schattierung hier nicht mit auf der Fassade landet. Hier oben den Bereich, den wird man vielleicht hier hinsetzen und hier drüben hätten wir noch einen Punkt, den setzen wir also etwa hier hin. Machen wir hier gleich mal weiter. Dieser Punkt wird also hier wieder unterhalb der Fassade hingesetzt und dann fehlt uns nur noch ein Punkt und den setzen wir also jetzt mal hier unten hin. Der also würde ich hier einfach mal so ansetzen wollen. Wenn wir uns das jetzt hier auf der linken Seite mal anschauen und ich rotiere das Ganze mal etwas, dann sieht das also schon erstmal deutlich besser aus vom Auftrag her. Allerdings sehe ich auch eine Sache, die also durch diese Verzerrung dieses Gebäudes zustande kommt, nämlich, dass diese diese Balkon hier und dieses Mittelteil des Gebäudes als solches, dass das hier deutlich zu weit links sitzt. Das müsste natürlich in der Mitte sitzen. Um das zu korrigieren, wechsle ich als nächstes einmal wieder zurück in mein Layout, in mein Standardlayout. Das habe ich jetzt gemacht und das, was jetzt passieren würde, wäre, dass ich jetzt zwei Schnitte in meiner Szene einfüge in diesem Gebäude. Ich klicke also auf Extrudieren nochmal. Das ist also mein Gebäude jetzt. Im Übrigen, wenn wir hier doppelt draufklicken, können wir das also umbenennen. Nenne ich mal Gebäude, ich habe hier Gebäude, ich habe hier Platz, dass wir es auch wieder finden. Und ich würde jetzt als nächstes hier den Punkte bearbeiten, wo das auswählen. Das, was passieren würde, hier ist als nächstes hier zwei Schnitte einzufügen, die etwa die Mitte des Gebäudes darstellen. Das heißt, wenn ich hier unter Mesh Unterschneiden ein Loop Pfadlinie, das Schnittwerkzeug anwähle und hier draufklicke, kann ich also hier neue Schnitte setzen. Das mache ich mal, ich klicke einfach mal hier drauf und das, was wir hier schon sehen, ist, hier wird ein Prozentwert angegeben im oberen Bereich, wo sich dieser Schnitt befindet. Ich würde sagen, dieses Mittelteil nimmt vielleicht von der Länge her 20 Prozent des Gebäudes ein, sollte natürlich exakt in der Mitte sein, das heißt also, wir bräuchten einen Schnitt, der dann also bei 40 Prozent ist. Ich klicke dafür doppelt hier drauf, würde die 40 auswählen. Und bräuchte aber noch einen zweiten Schnitt, den füge ich also einfach mal über Plus hinzu und jetzt muss ich wieder korrigieren. Also hier müssten 60 dann stehen und für diesen ersten Schnitt ich klicke den mal an, doppelt Klicke unten auf den Wert, gebe ich also 40 an. Das wäre also jetzt in etwa dort, wo das Mittelstück sitzen sollte. Nun muss ich wieder zurück wechseln und zwar beim Layout in das Wufordet und ich sehe schon hier, dass sich also hier etwas meine Ansicht verändert hat. Ich habe also hier Punkte hinzubekommen auf der rechten Seite über Texturen. Kann ich im Übrigen auch meine Textur einfach wiederladen, muss die mir also nicht nochmal aus dem Explorer holen. und was jetzt passiert ist, dass ich wiederum die UV-Punkte bearbeiten, auswähle als Werkzeug, den Modus auswähle und hier jetzt entsprechend diese Punkte anwählen würde. Das machen wir am besten vielleicht gleich mal mit diesem Selektionswerkzeug, mit der Live-Selektion. Wenn ich also hier drüber fahre, die Maustaste gedrückt halte und hier unten auch und hier oben auch noch. Jetzt mache ich also mal das für alle drei und jetzt auf das Verschieben-Werkzeug gehe, kann ich diese Sachen also mehr oder minder proportional verschieben. Machen wir das mal so. Und das, was jetzt passieren muss, ich sehe, dass es hier unten sich etwas verzerrt hat alles. Das würde ich also noch ein bisschen korrigieren, den Punkt nochmal einzeln auswählen. Ja, ich nehme wieder das Live-Selektions-Werkzeug Wechsel auf den Verschieben-Modus oder auf das Verschieben-Werkzeug und würde das also wieder in eine halbwegs gerade Linie zueinander bringen. Und das gleiche jetzt auf der rechten Seite Live-Selektion anwählen. Gedrückte Maustaste, alle drei ausgewählt. das Verschieben-Werkzeug wieder und wir verschieben dieses also auch in etwa so, dass es jetzt auf diesem kleinen Riesalitten, diesem weißen Objekt hier in der Mitte ist und über das Verschieben-Werkzeug, über die Live-Selektion wähle ich nochmal den Punkt unten aus. Jetzt wechsle ins Verschieben-Werkzeug und bringe auch diese Sachen nochmal in eine halbwegs gerade Linie zueinander. Schauen wir uns das Objekt jetzt mal an. Das sieht schon deutlich besser aus. Ein bisschen einige Verzerrungen sieht man jetzt noch im rechten Bereich und im linken Bereich. Jetzt könnte man hier natürlich noch ein bisschen Kosmetik anbringen und hier weitere Schnitte hinzufügen und die eben auch entsprechend aufteilen, einteilen. Grundsätzlich wären wir allerdings jetzt mit unserem 3D-Modell erstmal so weit, dass wir hier ein Modell vorliegen haben und dass wir dieses Modell texturiert haben.